Es geht mal wieder um eine Achterbahn, um eine Achterbahn aus Klemmbausteinen. Und mehr dazu gibt es gleich nach dem Intro. Ciao Amici, De Matoncino. Hallo meine Klemmbausteinfreunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Don Matoncino, der Klemmbausteinpate. Und in den letzten Wochen kann man fast schon sagen, Don Matoncino, der Klemmbausteinpate, der immer mal wieder Sets vorstellt, die rund um das Thema Freizeitpark und Achterbahnen sich drehen. Ja, ganz genau. Neulich habe ich euch noch Voltron Neveira Powered by Rimaz, die neue Achterbahn im Europa-Park, vorgestellt. Und zwar aus Klemmbausteinen als Bricks-Modell vom Designer Coasters Bricks. Hier mal noch eine kleine Einblendung, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, was quasi eine Eigenkreditation war von diesem Designer. Heute haben wir aber was ganz anderes, nämlich von dem Marktführer Lego haben wir heute die neueste Achterbahn aus dem Portfolio von Lego. Ja, da muss ich gerade mal nach unten greifen, damit ich euch das Ganze zeigen kann. Es handelt sich nämlich hier um die Achterbahn mit Robotermilch, wie es so schön auf Deutsch heißt. Ja, diese Achterbahn gehen wir jetzt einfach gleich mal mit den Fakten, mit den Daten des Sets durch. Ich will euch gar nicht zu lange aufhalten mit Belanglosigkeiten, deswegen ab ins Eingemachte. Und zwar geht es hier um das Set 60421 Achterbahn mit Robotermilch. Ja, auf Englisch ganz einfach Robot World. Also man kann es natürlich auch sehr kompliziert machen. Auf Englisch ist es, wie gesagt, Robot World ganz einfach. Ist von Lego aus der City-Reihe, Lego City, Juni 2024 erschienen. Also wirklich noch ganz, ganz neu. Besteht aus 986 Teilen und hat eine unvermündliche Preisempfehlung von 99,99 Euro. 100 Cent, was natürlich sehr, sehr viel ist. Das macht natürlich, ich sage jetzt mal, umgerechnet einen Teilepreis von 10,14 Cent pro Teil aus. Gut, es sind natürlich auch große Teile dabei, aber so ist es nun mal. Leute, ganz ehrlich, kauft das Set, wenn ihr wollt. Einfach mit Rabatten. Unvermündliche Preisempfehlung zahlt da draußen keiner. Nur so als Geheimtipp, der wirklich kein Geheimtipp mehr sein sollte. Ja, so viel dazu. Es sind acht Figuren dabei. Ja, schon recht ordentlich für die Größe, sage ich mal. Und acht ist hier die Zahl, die auch die Altersempfehlung des Herstellers ist, nämlich acht plus. Ja, und so viel zu den Daten dieses Sets. Ich zeige euch noch kurz die Rückseite. Da sind nämlich ein paar Details zu sehen. Ja, aber damit wir nicht lange um den heißen Brei reden, einfach noch der Hinweis, wenn euch das Set interessiert, packe ich euch unter diesem Video noch links rein, einmal vom Steine-Lädle. Das ist nämlich der Laden, der Lego-Laden, wo ich sehr gerne einkaufe. Damit könntet ihr, wenn ihr euch für das Set interessiert, sage ich mal, diesen lokalen Händler unterstützen. Da kann man nämlich auch online kaufen. Alternativ, wer möchte, ehrlich gesagt, meistens auch noch weiter rabattiert, habe ich unter euch noch einen Amazon-Link rein. Damit könntet ihr mich unterstützen, wenn ihr wollt. Also ihr habt die Wahl, unterstützt den lokalen Handel oder unterstützt diesen Kanal, wie ihr möchtet. Wenn euch das Set interessiert, beide Links sind unten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in das Review, nach altbekannter Marke, wie bei Don Mattoncino üblich. Ihr habt Sprungmarken, deswegen das Wort Marke auch nochmal erwähnt. Da könnt ihr zu den einzelnen Punkten springen. Und wir sehen uns gleich mit einem 3, 2, 1 und wir starten mit der Anleitung. Und da möchte ich eigentlich gar nicht zu viel Zeit verlieren. Und zwar will ich eigentlich vor allem sagen, das Ganze kommt in einem Pappschuber daher. Diesem hier. Und wir haben zwei Anleitungen. Einmal für den Mech hier. Der Mech Robot. Und das ist einfach eine ganz standardmäßige Lego-Anleitung, mittlerweile blau hinterlegt. Man sieht die Teile, die man anbringen soll, wo sie angebracht werden sollen. Man hat eine Baufortschrittsanzeige. Also das ist wirklich Standard, Standard. Und hier wird dann quasi noch der Achterbahnanteil, also nachdem man den Mech gebaut hat, den ganzen Rest noch dazu gebaut. Ihr seht, es wird gezeigt, welche Tüte gebraucht wird. Minifiguren werden zuerst aufgebaut. Ansonsten alles gleich. Und ihr seht, ganz wenig Teile pro Bauschritt. Viele Seiten. Vielleicht ein bisschen zu viele. Im Endeffekt sind wir bei 292 Seiten. Was ich gut finde, ist, am Ende haben wir eine Teileübersicht. Wunderbar. Da ist sie. Die sind sehr schöne Teile dabei. Ich finde vor allem spannend, die Leimschienen finde ich cool. Aber ansonsten sind natürlich auch so viele coole Teile dabei. Ihr seht es, ein Stickerbogen ist dabei. Da sind doch echt einige Sticker mit in diesem Set anzubringen. Ich habe sie mal alle angebracht, weil sie irgendwie dazugehören, meiner Meinung nach. Sonst wirkt das Set auch nicht so ganz gut, finde ich. Und dann haben wir noch die Ersatzteile, die wirklich nur ganz wenige sind. Und natürlich ein Teile-Trainer. Ja, so viel dazu. Wir gehen weiter. Ja, über die Minifiguren muss ich zugeben, vielleicht habe ich die auch jetzt schon zu oft gesehen, die Oberkörper oder die einzelnen Elemente. Aber für mich sind sie schon relativ generisch, beziehungsweise halt schon oft gesehen, oft vorhanden gewesen, meiner Meinung nach. Es sind nette Details dabei natürlich. Gerade der zum Beispiel trinkt gerne hier das Getränk und hat auch zufälligerweise das passende Oberteil dazu an. Wir haben hier grüne Haare, leimgrüne Haare. Ja, wir haben hier auf der... Wer hat eigentlich noch heutzutage einen Selfie-Stick? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, ist das noch innen sowas? Auf jeden Fall, sie hat hier auch quasi von der Musik her... Vielleicht ist es sogar ein Oberteil, das reagiert auf Sound. Weiß ich jetzt nicht, kann man sich ja so vorstellen. Aber so insgesamt, ja, gefällt mir halt am besten doch der DJ, wobei das halt quasi das Gesamtszenario ist. Dann noch einmal von hinten gezeigt. Ja, es sind acht Figuren, wie gesagt. Leider habe ich jetzt nicht für alle einen Untersatz gehabt. Deswegen drehe ich es jetzt mal schön so um. In der Hoffnung, dass das so funktioniert. Ja, ihr seht es, manche haben noch nicht mal eine richtige Rückseite. Also gerade er jetzt zum Beispiel. Aber ja, eigentlich haben alle noch ein passendes Gesicht dazu. Das mache ich jetzt gleich. Ich mache kurz Stopp und dann zeige ich euch das gleich nochmal. Und wenn ich von der Rückseite spreche, meinte ich eigentlich, dass sie noch ein zweites Gesicht haben. Aber nicht alle. Zwei Figuren nicht. Er hier nicht, sie hier nicht. Aber ansonsten haben sie alle noch einen bedrückten Hinterkopf. Wobei das auch oft passend ist zu einer Achterbahnfahrt, würde ich mal behaupten. Schön ist auch hier das Gesicht vom DJ, der da sehr, sehr unzufrieden reinschaut. Genau. Aber das sind noch die Rückseiten dazu und dann gehen wir jetzt aber wirklich ins Eingemachte. Und natürlich habe ich es mir jetzt nicht nehmen lassen, auch noch die 360 Grad Ansicht euch zu zeigen. Auch wenn das Set eigentlich viel zu groß ist, um auf so einem kleinen Drehtälerchen sich zu drehen, sieht man eigentlich hier sehr, sehr gut, wie robust das Ganze ist. Also das ist wirklich eine Eins, wie aus einem Guss. Das steht richtig gut. Man kann es ganz, ganz easy von einem Ort zum anderen tragen. Wirklich, wirklich bemerkenswert. Ja, aber jetzt schauen wir uns den Rest des Sets einfach mal nochmal genauer an, ohne dass sich das hier so dreht. Wunderschön, finde ich, wie das so im Ganzen aussieht. Also das wirkt richtig cool, meiner Meinung nach. Wir haben, wie gesagt, den Roboter-Mech hier, der hier als große Bedrohung thront auf diesem ganzen Areal. Aber der ganze Gaming-Charakter, der hier so rüberkommt, finde ich, mit dem Controller hier oben, mit Arcade-Automaten auf der Rückseite. Also da ist schon wirklich viel geboten. Der DJ, der hier oben ist, ich finde, das ist richtig, richtig schön wirkend. Die Arcade-Automaten, die zeige ich euch natürlich noch. Das ist nämlich so von Details. Es gibt nicht viele Details aus meiner Sicht in diesem Set. Aber so insgesamt sind diese Arcade-Automaten so das, was auch diesen Gaming-Charakter gut rüberbringt. Ja, also wo fangen wir an? Fangen wir vielleicht mal mit dem Mech nochmal an. Wir haben den Mech hier. Der ist hier befestigt auf diesem Ring, diesem Technik-Ring. Und den kann man ganz einfach abstecken, aufstecken. Also der ist wirklich nur so auf dem Pin drauf. Hat am Fuß sozusagen zwei Löcher. Und dann kann man ihn dort hinstellen. Hat eine fette Wumme, hat eine fette Waffe. Auch einen Posten, wo man sich reinsetzen kann. Sieht für mich jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Ist jetzt nicht ganz mein Geschmack. Ist aber genau nach dem Muster gebaut, wie viele andere Mechs da draußen auch. Die es gerade bei Lego gibt. Aus den verschiedensten Themenreihen. Auch von Star Wars, Ninjago, wie auch immer. Alle, die in dieser Größenordnung sind, die haben dann hinten auch diesen, ich sag jetzt mal, doch sehr spartanisch wirkenden, die Rückseite. Und die Kniegelenke sind wirklich mittlerweile ganz typisch für diese Größe von Mechs. Deswegen für mich ist es ein 0815 Mech. Ja, ist okay. Also für das Set ist in Ordnung, aber es ist jetzt auch nichts Herausragendes. Dann kommen wir aber, würde ich sagen, gehen wir gleich weiter in dem Kontext hier. Wir haben hier unten einen Laden, wo es Bubble Tea, würde ich jetzt mal sagen, oder zumindest mal Getränke gibt. Schön in Szene gesetzt. Wie gesagt, Sticker sind hier natürlich im Prinzip alle. Alle Sticker, so gesehen. Das ist vielleicht so ein nettes Detail. Und wo kommt das Ganze raus, das Getränk? Wir bekommen das hier raus aus diesem Automaten. Auch das hier ist natürlich ein Sticker. Aber da kommt das raus. Das ist quasi ein Verkaufsstand. Was ich halt dann wiederum wirklich sehr, sehr cool finde, ist diese Arcade-Ecke mit Arcade-Automaten. Wir haben hier so etwas wie Space Invaders. Wir haben hier irgend so ein Rennspiel. Wir haben hier, ja, was könnte das sein? Hero Factory oder vielleicht auch Bionicle, was hier auf dem Bildschirm zu sehen ist. Gab es da Spiele dazu? Ich weiß es nicht, weil die sind hier unten zu sehen. Und hier oben nochmal auf dem Sticker. Mir ist gerade nur eine Mülltonne heruntergefallen. Also eigentlich ist das Set sehr, sehr stabil. Aber jetzt dieser Detail der Tonne ist mir doch runtergefallen. Wir haben hier unten noch einen Tanzautomaten. Wie kann man das so irgendwie sehen? Hier dieser Tanzautomat. Wir haben hier auf dem Boden Fliesen bzw. Jumperplates 2x2 in transparenten Farben. Vielleicht kann ich das auch noch zeigen, weil wie gesagt, das Set ist sehr, sehr stabil. Nur die Achterbahn fährt vielleicht los, aber es geht auch. Also hier sieht man das. Und auch hier gibt es passend zu dem, was hier unten zu sehen ist, auch hier oben nochmal den Bildschirm, sodass es wahrscheinlich auch Zuschauer sehen können oder die von weiter weg stehen. Ja, wie gesagt, ein richtig cooler Gaming-Charakter. Kommen wir vielleicht noch zu einem... Also das war es im Prinzip schon fast mit den Details, muss man fast sagen. Wir haben hier noch den DJ-Pult mal von hinten gesehen. Da hole ich auch mal ganz kurz die Figur mit dazu. Sieht echt cool aus jetzt meiner Meinung nach. Und stelle ich jetzt wieder da hoch. Und ja, drehe das Ganze mal rum, weil die Schienen haben wir so eben nebenbei mal uns angeschaut. Aber ja, wie gesagt, sonst von den Details war es das fast schon. Den Controller gibt es hier vielleicht noch zu nennen. Wir haben hier die... Upsala, jetzt habe ich die Minifigur umgeschmissen, aber vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben hier so einen Bildschirm. Der zeigt quasi aus der Fahrt heraus, ja, wahrscheinlich sind das hier zum Beispiel diese Kamera, wird hier quasi das gezeigt, während der Fahrt. Ich weiß nicht, ob das auch so Fotopoints sind oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint es da einem gar nicht so gut zu gehen. Stellen wir die Frau mit dem Selfie-Stick wieder in die erste Reihe. Die wartet nämlich, dass das dazukommt. Und jetzt habe ich schon wieder die nächste Figur umgeschmissen. Also jetzt gerade läuft es. Und die nächste. Alter! Meine Güte. Okay, ihr seht, er hat sich ein Getränk geholt. Genau, wir haben hier noch den Achterbahnzug an sich. Der ist fast ein Standardzug, würde ich sagen, wie man es von Lego kennt. Fährt aber wirklich gut und hat einen Passagier mit dabei, den Don Martoncino, der nicht zum Set gehört. Aber ansonsten gibt es, wie gesagt, acht Minifiguren. Was mir eigentlich so vom Gesamtkonzept auch gefällt, ist, dass hier wirklich mit diesen transparenten Teilen gearbeitet wird, um wirklich so das Ganze futuristisch, gaming-technisch wirken zu lassen. Und wie gesagt, wir haben hier den DJ hier oben, der hier quasi auch Sound verbreitet. Wir haben hier die Lautsprecher. Wir haben hier die Dezibel-Anzeige, würde ich jetzt mal sagen. Also schon ziemlich cool gemacht. Wirklich mit einigen feinen Details. Und ja, wie gesagt, für mich ist der wichtigste Anteil ja eigentlich der Achterbahn-Part. Und ja, die finde ich wirklich gut gelöst. Vielleicht kann ich es ja mal fahren lassen. Ich versuche es mal. Ich lasse mal einen fahren, einen Zug. Da muss ich kurz um die Kamera drumherum. Und fahre den Lift-Hill hoch. Und dann geht es den Drop runter. Ja, also fährt wirklich richtig gut. Machen wir nochmal eine Runde. Ich hoffe, man sieht es auch auf der Kamera. Ja, wunderbar. Hat echt einen Affenzahn drauf, kann man schon so sagen. Und ja, sieht richtig cool aus. Und ich würde sagen, mit diesen Worten gehen wir gleich rüber zum Fazit. Und ich habe das Set in der Hand. Und das bedeutet in aller Regel bei meinen Videos, wir kommen zum Fazit. Und ich glaube, ich verspreche euch nicht so viel, wenn ich sage, dieses Set ist wirklich robust. Ich habe es mal angesprochen im Video schon. Aber ja, es ist wirklich robust. Ich halte das hier mit einer Hand. Und ihr seht, nur die Achterbahn fährt. Aber ansonsten hält das alles wirklich sattelfest. Also wirklich ganz, ganz enorm gut von der Festigkeit. Da kann man wirklich viel damit machen und hält viel Stand. Also ich denke, man könnte sogar, wenn man es motorisiert hätte, machen auch keine Probleme. Also ich finde, das macht einen wirklich absolut guten Eindruck. Ja, was sagt ihr denn zu so einer Achterbahn? Ich meine, Lego bringt jetzt gerade jedes Jahr im Prinzip fast eine neue Achterbahn raus. Letztes Jahr eine Creator-Achterbahn. Dieses Jahr von Lego City. Interessiert euch das Thema? Ist es was für euch? Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, dann kommen wir jetzt mal zu meinem Fazit. Wenn ihr seht, dass ich das irgendwie komisch halte, liegt es halt daran, dass ich vermeiden möchte, dass hier, ich sage jetzt mal, die Achterbahn immer hin und her fährt. Also der Zug, der Achterbahnzug immer hin und her fährt. Deswegen halte ich ihn. Und der Don sitzt natürlich immer noch drin. Der ist natürlich sehr begeistert von Achterbahnen und deswegen möchte er nach wie vor mitfahren. Jetzt kommen wir aber zum Fazit. Und da beginne ich mit der Anleitung. Die Anleitung ist folgendermaßen, besteht ja eigentlich aus zwei Anleitungen. Einmal für den Mac und einmal für die Achterbahn an sich. Also alles den ganzen Rest. Mac ist dieser Anteil. Achterbahn ist der ganze Rest. Logisch. Und die erste Anleitung, die geht nur um den Mac. Das heißt, man kann auch zu zweit bauen. Man kann, wenn man, sage ich mal, ein kleineres Kind hat oder so, kann dieses Kind schon mal mit dem Mac beginnen. Und ja, eine zweite Person baut schon mal an der Achterbahn los. Also das lässt sich gut bewerkstelligen. Das Ganze ist auch wirklich ganz, ganz simpel. Das ist wirklich nicht schwierig. Die Anleitung macht es einem da auch wirklich sehr einfach. Am Ende gibt es auch wieder die Teileübersicht. Die ist mir persönlich immer sehr wichtig bei Anleitungen. Da kann man immer so einen guten Überblick bekommen, was für Teile sind eigentlich verbaut. Vielleicht, wenn man einen Kritikpunkt suchen möchte, Nadel im Heuhaufen, dann ist es vielleicht ein bisschen viel Papier, was für so eine Art Größe von Z verbraucht wird. Wir haben über die zwei Anleitungen verteilt 292 Seiten. Das ist vielleicht doch echt ein bisschen dick und viel. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Teile, bei den Teilen muss ich sagen, gute Qualität. Kann ich jetzt wirklich nicht meckern. Ja, tolle Teile sind dabei. Ich finde gerade auch die Achterbahnschienen in Leim beispielsweise. Die Schallplatten, die bedruckten vom DJ sind auch wirklich toll. Die Controller, die hier bei den Arcade-Automaten an der Seite sind. Ja gut, ist jetzt schwierig zu zeigen. Habe ich euch aber schon vorher gezeigt. Ja, transparente Teile sind auch mit dabei. Also finde ich, ist echt einiges Schönes, Tolles dabei an Teilen. Und ja, was ich halt blöd finde, ist, dass man leider fast ausschließlich Sticker verwendet. Aber es ist ein Set, das sich sicherlich an Kinder richtet. Wobei es 8 Plus die Altersempfehlung ist. Trotzdem, ja, da ist man halt mit Stickern dabei, ganz vorne dabei und so ist es halt. Ja, der Bau an sich, ja, absolut einfach. Wie gesagt, simple Anleitung. Bau ist dann auch einfach. Eigentlich gibt es relativ wenig Details. Aber die, die vorhanden sind, die sind echt toll. Da ist zum Beispiel die Arcade-Automaten sind da zu nennen. Die finde ich echt wunderschöne Details. Sind halt wie gesagt rar, aber sie sind da. Ja, sehr kurzweilig vom Bauerlebnis. Hat mir echt Spaß gemacht, kann ich sagen. Habe das ja auch im Stream aufgebaut. Bei Steine im Weltall. Grüße gehen raus. Kanal ist unten verlinkt. Da habe ich da hier das zusammengebaut. Ja, und ja, es ist halt leider kaum Überraschendes dabei. Also es sind halt wirklich viele Standard-Bautechniken dabei. Nichts Überraschendes, meiner Meinung nach. Ja, das vielleicht als Kritikpunkt, wenn man was suchen möchte. Das Set an sich ist auf jeden Fall für Achterbahn-Fans, also alle, die sich mit Freizeitparks, Achterbahnen und so, dafür interessieren. Eigentlich ein Muss für Klemm-Bausteinen, Enthusiasten natürlich. Dieses Gaming, dieser Gaming-Charakter, der Gaming-Charakter dieses Sets, der gefällt mir sehr. Hat wirklich was für sich. Ich finde auch den Streckenverlauf richtig schön gemacht. Also der ist jetzt nicht so ganz Standard, sondern ja, eigentlich schön gelöst, würde ich mal behaupten. Gefällt mir sehr, sehr, sehr. Das Ganze ist, wie ich schon erwähnt habe, sehr robust. Auch ein cooles Plus, meiner Meinung nach. Den DJ da oben finde ich cool. Also das mit der Plattform finde ich echt gut gelöst, dass da so ein Element dabei ist. Das finde ich, also kenne ich jetzt auch nicht aus dem Freizeitpark, aber es ist eine sehr, sehr coole Sache. Die Minifiguren sind mau, finde ich. Also so durchwachsen, besser gesagt. Ich bin nicht ganz überzeugt, bis auf den DJ natürlich, der gefällt mir schon sehr. Aber da ist es einfach auch die Art und Weise. Und den Mech, den finde ich auch ein bisschen schwach. Der ist ein bisschen 0815 Style, ja, so gesehen. Ja, und dann möchte ich euch nochmal ein italienisches Fazit geben. Das Gesamtfazit. Und da mache ich die Backe an den Finger und sage, bueno. Also mir gefällt das Set. Ich finde es gut. Ich finde es ein leckeres Set. Macht mir sehr viel Spaß. Wie gesagt, haut mir gerne in die Kommentare eure Meinung dazu. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, sehr gerne. Abonniert den Kanal. Es gibt nicht nur Mainstream-Sachen. Regelmäßige Zuschauer werden es wissen. Also ein Abo lohnt sich. Meine Videos kommen relativ unregelmäßig. Also auch die Glocke einmachen lohnt sich, damit ihr immer informiert seid, wenn es ein neues Video gibt. Und ansonsten, haben wir alles gesagt. Ich würde sagen, wir haben alles gesagt. Sehen wir uns bis zum nächsten Mal, oder? Ciao, adiwiderci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.